muss ich sogar hier weiter ich bin nicht ein publikum ich bin der der was von dir haben will ich bin die schüssel muss ich jetzt einfach wieder warten sollte man auf prinzessin macht oder könnte ich eine granate rein schießen jeder fall zeigt auch da lang wieder da unten und da komme ich dahin das ist dann hier oder ja das heißt die treppe zeigt meine tage höher an ok verstehe langsam blick ich die karte ein bisschen da komme ich noch da aber da komme ich nicht hin wirst du jetzt langsam fertig ich kann das wohl wieder nicht beeinflussen wie ich das sehe verstricken das ja auf ok es regt mich auf vielleicht mag ich keine paparazzis auch mal ein spiel denke ziehen aus ich bin wirklich einfach doof finde ich nicht wo bin ich jetzt hier das ist ein scheinwerfer ja 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 das ist es ist nicht gestattet sich vor der vorstellung hinter der bühne aufzuhalten ich weiß nicht mal wo ich gerade bin ich habe ich habe ich habe das ich habe das Hier ist die Umkleidung. Ich will die Ohren abnehmen. Doch ich kann nicht. Ich hüpfe. Und wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch. Meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch. Mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren abnehmen. Bitte, nimm sie ab. Bitte. Ich halte mich für Kunstbarnhausen, aber ich hab's nicht verstanden. Wir haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitsgruppe für eine der Seitenpartei ergreift. Als nächstes werde ich dann in Rhyans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Samerei zu unterhalten. Diese gottverdammten behämmerten Künstler. Oh, oh. Oh, oh. Ich muss mich echt angewöhnen, das mir umgeben zu checken. Hm. Tschechischer Wodka. Okay, jetzt habe ich den Bereich auch erforscht. Da ist noch zwei rein, Mensch. Ah! 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 Toiletten. Ein Geschütz aufm Klo, da fühlt man sich beim Kacken viel sicherer. Hm. Da spielt so eine geile Atmosphäre, ich kann es nicht oft genug sagen, ey. Sind da Mönchen unter? Hm. Fragen über Fragen. Ich werde mal zu dem einen grauen Bereich noch gehen. Okay. 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 Seine Galerie. Irgendwas hat mir dazu keine Wachsfiguren. Okay. 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 Wow. Allein... Kleiner. Es muss viel Vielen Dank. Aber da kann ich nicht rein. Erkennt er auch nichts. Ah, wo könnte ich noch was... Da oben so ein kleiner Raum, wo ich mich davor streb. Aber ob der irgendwas dem irgendwie hilft, ich weiß auch nicht. Aber der Pfeil zeigt immer noch da hin. Vielleicht irgendwie den Fahrstuhl wieder aktivieren? Hm... Weil er steht da immer noch doof rum und macht nichts. Ich bin grad irgendwie ein kleines bisschen überfordert. Und... Oh. Okay. Okay. Here we go. Okay. Let's go. Okay.